Hey Leute, heute habe ich wieder ein Video für euch und zwar ein Unboxing. Hier seht ihr das Thermaltake Munich 430 Watt. Und das ist ein Netzteil, und zwar für den PC für meine Eltern, da ist nämlich das alte Netzteil kaputt gegangen. Und das ist jetzt ganz spontan, eigentlich das wir jetzt gekauft haben, weil die brauchen den PC so schnell wie möglich wieder. Und deswegen sind wir jetzt schnell ins Auto gefahren, oder in einen großen Elektro-Handel. Um keine Gleichwertung zu machen, und die hatten eben nur das hier da, und deswegen haben wir es gekauft. Ja, das ist jetzt also wirklich ein ganz kleines Unboxing. Hier sind erstmal so kleine Zettel. Ähm, so. Äh, ich glaube nicht ganz so wichtig. Hier dann ein Kaltgerätestecker. Und das ist ein Modul, nein das ist kein modulares Netzteil, ich habe gerade gedacht. Ähm. Ich habe jetzt bitte gerade ins Mikrofon kommen. Ähm. Da sind Schrauben dabei. Und hier ist auch schon das Netzteil. Oh, Entschuldigung, das ist jetzt gerade nur ein bisschen schwierig hier. Ja. Ich nehme es jetzt auch gerade mit, ähm, meinem Rude auf. Und meinem Mikrofon. Und, deswegen bin ich jetzt gerade mit dem Schachtel gegen meinen Mikrofon am kommen. Und ja. Jetzt packen wir das mal schnell raus. Und hier ist es. Mein Netzteil eigentlich. 430 Watt. Und. Ja. Eigentlich war es das schon wieder. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und ähm. Ja. Schaut es beim nächsten Video vorbei. Und tschau Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.